So, mal gucken, was gibt es hier. Das sieht wichtig aus. Äh, ne Uhr, okay. Ich hab ja schon eine. Ja, ich hab ja auch eine. Ist noch Munition. Ich schau grad hier sonst noch. Hier. Makarov, ernsthaft. Oh, der hat noch eine Wasserflasche dabei. Oh, echt jetzt? Wir mit? Ja. Das ist gut. Mal gucken, was ist hier drin? Äh, hier. Ernsthaft? Noch mehr Munition? Och Gott. Hey, ohne Scheiß. Ich hab... Warte mal, kann ich... Oh, ich kann die kombinieren. Das ist geil. Das ist echt geil. Das wusste ich jetzt. Warte mal unten in dem Haus weiter um. Schau ich mal. Erstmal nachladen. Okay, ich hab wieder 8 Schuss. Ich hab 24 Schuss insgesamt. Das ist geil. Das ist geil. Ich dachte schon, boah, so viel Muniz. 4 mal 2. Okay. Okay. Hier soll ich auch Feuer machen. Hier ist auch noch Munition. Hier unten. Hier ist noch Essen. Woher hat's auch noch mal Muni. Hier, mal gucken. Ah, nee, das sind Winchester. Warte mal, kann ich die? Und dann hier? Nein. Okay. Bleib weg. Mal mit Winchester, äh, Muni, kann ich nix anfangen. Ich hab keine Winchester. Boah, was ist das hier? Sag mir jetzt bitte nicht das. Doch, Winchester. Oh, hallo. Okay. Das ist nix mehr. Hier ist noch irgendwo eine Flashlight oder ansonsten. Ja, brauchen wir nicht. Da haben wir schon eine. So, mal gucken. Eventuell. Kann man hier. Oh, Zombiefrei einmal. Cool. Wir müssen Schule, Supermarkt. Hospiz. Gehen wir mal hier rein. Das ist, wo wir gerade drin waren. Ja, ich weiß, es sieht gleich aus, aber... Ich geh mal oben gucken. Rauchflair und was? Bandage, nehm ich mal mit. Hier ist noch ein Heatpack und Bandage. Boah, zwei Heatpacks und Bandagen, ja. Nehm ich mal eine mit. Bandage habe ich mehr als genug. Hier ist ein Revolver. Revolver? Wenn willst, kannst du mitnehmen. Ja, eine Modition. Hier oben. Ne, haltet mal. Revolver ist Ding. Wie heißt? Noch ein Heatpack. Bandage. Roadflare. Aber kein Campingzelt. Verdammt. Ja, Revolver, tatsächlich. Na. Na. Mal gucken. Wo sind wir? Wir sind jetzt hier. Na, da ist die Kirche. Da ist Factory. Hier ist Field Hospiz. Na doch. Gehen wir mal ins Field Hospiz. Wenn wir es gleich hinschaffen. Da war gerade ein Hopper. Boah, leck. Schuh, Glück gemacht. Weil manche Tore halt gehen auf einmal auch von innen auf. Und das größte Problem daran ist, wenn dich so ein scheiß Tor trifft, dann wird es dich eventuell mitreißen. und dann kann es sein, dass du dir sogar was brichst. Ja, so buggy ist das. Mal gucken. Ich glaube... Na, verdammt. Nicht hier. Obwohl. Ja. Zombie? Ja, und da auch. Alter. Und jetzt oder. Ähm. Wow. Tchue. Soll ich der Scheiß denn? Soda. Okay. Kann ich... Ja, hier kann man, hier kann man, hier, 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 hier. Wow, geil. Ja, Flaschen. Nehme ich mal eine. Nehme ich nochmal eine. Geben wir mal Rückendeckung, mehr oder weniger. Ich gucke, was da drin ist. Ne Uhr. Aua, 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 aua. Die sterben, Zombie. So, in der Scheiß, die sind drin. So, und Pistolenmonie für dich. Ne, die Munition hätte ich ganz gerne. Das hat was zu essen, der Zombie. Der hat nix und der hat auch nix. Okay, weiter. Weiter. Also, an Essen sollte es uns erstmal nicht machen. Genau, so wie an Trinken. Hm. 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 So, Zom. Wie lange wollen wir eigentlich noch machen? Äh, bitte? Wie lange wollen wir eigentlich noch machen? Äh, warte mal, Serverzeit sagt gleich 13 Uhr und... Wie viel Uhr real? Ähm, 5 Uhr 10. Ja, ich würde sagen, bis 22.15 Uhr, dann hätten wir genügend Material. Weil dann hätten wir genau zwei Stunden aufgenommen. Oh Gott. Oder werde ich irgendwie Steve eine Nachricht zukommen lassen. Hier rein. Wow, perfekt ausgeschalten hier. Zwei Rounds luck. Wow, für mich. Äh, combine to 8 Rifle. super. Also, ich will noch gucken, dass wir, nachdem wir hier fertig sind, äh, noch schnell Supermarkt abklappern. Wow Ah, was ist geschehen? Du bist umgekippt Wow, du blutest Und ich habe mir irgendwas gebrochen Ja, warte, ich bandagiere dich erstmal Hä? Oh Gott, nein So Keine Ahnung, da ist gerade irgendwas buggy geworden Warte, check Pulse, mal gucken Hallo, du sollst Pulse checken Blutest du noch? Gut, warte, habe ich Open Bag Was zum? Ich lebe wieder Warte, ich habe Hast du eine Moffinspritze, sonst verpasse ich dir eine Ich müsste eine haben machen Lass heute an der Tasche nach Was tut mein Charakter? Ich gucke erstmal Ich stelle hier oben nicht, dass wir hier oben Fernglas Hallo, ich krabbel die ganze Zeit Ist das normal? Ohr hier oben gibt es dringend Ja, das liegt daran, dass du dich Dass du irgendwie Tasten gedrückt hast Während du bewusst bist Oder wo du dir was gebrochen hast Was war noch viel Spürze So Geh, mal gucken Schon wieder eine Uhr Alles klar Ähm 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 Offenberg Gibt mir mal Rainkiller Ach, habe ich noch welche da Check Rainkiller Heatpads Alter, ich bewege mich die ganze Zeit Das nervt Ja, da drück einfach wild ein paar Karten Hier oben gibt es eine Karte Komm irgendwie hoch Das ist ein Zombie Komm hoch, wenn es geht Geht nichts von mir Doch nicht Doch nicht Ich hau den doch die ganze Zeit Was soll der Scheiß Jetzt Vorsicht Geh vorsichtig hoch Ich geh mal kurz hoch So Meine Fresse Was soll der Scheiß Links Und gleich wieder links Und da ist eine Karte Ja, das ist auch schon mir passiert Also, ich habe jetzt zwei volle Wasserflaschen Und ich habe noch zwei Dosen Cola So, ich da Wache Wie fülle ich mein Wut auf? Du Ja Du musst das machen Ich mach das, warte Wie sieht Lebensenergie aus? Äh Langsam im roten Bereich Ähm Bedeutet halb voll Ein Viertel voll Dreiviertel voll Ein Viertel Äh, nee Ein Drittel Ungefähr Okay, warte Hm Na komm Open Back Achtung Gleich müsstest du wieder Farbe sehen Ah ja, bitte Aber pass auf Du wirst gleich auch einen Krebs bekommen Yay, Augenkrebs Ach, geht doch Oh, Junge Was war da los? Ich habe nichts gemacht Ich wollte nur die scheiß Treppe Ja, ich glaube, wenn du irgendwie liegst Und du gehst die Treppe hoch Äh, dann kann es sein, dass Ich lag ja nicht mehr Dann Achso Da sind Stiefel Ja, das ist was von dem Zombie Kirche Hab in das Industrieviertel Oh, ein Panzer Ja, da bringt uns nichts Das ist ja Notzierte Ja, leider Das wäre cool, wenn man den fahren könnte Bei Dayset 2017 ist das möglich Den müssen wir dann aber erstmal reparieren Aber wenn er wirklich komplett repariert ist Das Tanken wird am meisten dauern Ich glaube, Steve und ich Ne Nur ich habe den Panzer voll getankt Also Eine Churrican A20 Liter Und ich hatte drei Churricans Ich glaube, ich war Halbe Stunde locker beschäftigt Den Panzer voll zu tanken Oh, krass Wow Ja, aber Hallo Ab in den ist das Briefviertel Irgendwas scheint Es da zu geben Dass es so gut bewacht ist Ne Die spawnen eigentlich random Es sei denn, es sind so viele da Dass eventuell Steve und Tino Auch hier sein könnten Das wäre unschön Vor allem, da wir auch zusammen sind Heißt, die müssen dich ausknipsen Und sobald du tot bist Müsst die nur noch mich ausknipsen Ja Warum genau den Fritschdingen So, hier rein, hier rein In dieses Fabrikgebäude Und da könntest du dann die Zombies ausschalten Genauso wie ich Da werde ich mithelfen Und da einfach nur weiter rennen Und die Zombies loswerden Ja, ich bin so weiter rennen, glaube ich Ich habe nicht so Bock auf Zombies kloppen Nachdem was gerade passiert ist Oh Gott Jetzt sind wir wieder raus Mal gucken Mal gucken Okay Supermarkt Dort lang Jetzt kommt da ein Zombie Genau Hinter dir Oh, hey, komm Ja, ich glaube Mal gucken, was ist da drin Nur eine Axt Nur eine Axt Da Okay Durch Und rechts Ja Rechts Also dieses rechts Nicht das andere rechts Was links ist Ja, ja Ja, ja Boah, ernst Nicht das, was du denkst Weil Bisher diejenigen In meinem Freundeskreis, wo ich kenne Ja, wir müssen rechts Hä, nach rechts Ja, das andere rechts Achso Links meinst du Ja, sag dich doch Super Super, das ist der Supermarkt Da werden wir die Zombies dann mal los Und mal gucken, was es hier noch so gibt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal